Hey Knaß und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, äh Lunde, let's play, Total War, Warhammer. Okay, da kann ich echt nicht mehr so machen. So, jetzt bin ich aber gespannt. Okay, der reitet in die Feste. Ja, ne, äh, okay, ich hab ne Idee, ähm, die regenerieren, ja, nicht so wirklich. Lager aufklagen, damit die mir so ein bisschen regenerieren. Äh, ich würd so gern, aber es geht nicht. Äh, rekrutiert bei... Ähm, okay. In Held. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. So, wenn wir noch eine Runde in der Haltung... ...dann haben wir nämlich alle wieder... ...nach, äh, passt auf 100%. So, jetzt dürft ihr wieder aus der Stellung halten... ...und raus. Und du darfst in dich schwingen anstrengen. Die Spiele kann nur hier und dann... So... Wie sieht denn da aus? Da sind viele von denen. Wir gehen hier weiter. Wir nehmen am besten hier die beiden ein. Also wenn der jetzt nicht in eine offene Schlacht mit mir möchte, der kann nicht beide Städte verteidigen. Kann ich dem Versprechen. Doppel! Doppel! Okay, dann machen wir das doch. So, was machen sie jetzt? Oh, jetzt bissen sie sich ganz? Folgt sie da? Oh ja, da will ich ja sowieso dann hin. Hm, eine Runde müssen wir ja nur warten. So, jetzt können wir... Äh... Nein! Will kein Ding abkommen, Mann, ey. Oh, was macht unser Verbündeter, in Anführungszeichen? Ein bisschen Pult-Hit baut der, ne? Ja, okay. Okay. Angriff! Okay, Angriff. Also, zwei Ampus-Schützen haben sie. Weiß nicht, soll ich meine richtig krassen Leute hochficken, oder soll ich doch eher... ...die, äh... ...santeste Variante nehmen. Ich glaub, ich nehm die mittlere Variante am besten. Ja... ...dürfen dann hier die sein. Na komm. Starte den Kampf endlich. Gegen Gisle. Na komm. Starte den Kampf endlich. Gegen Gisle. Okay. Also, wir wollen hier rein. Oh, ist hier mal... Schick aus, ne? Oh, das Schlachtfeld ist halt deutlich kleiner, ne? Wir wollen da rein. Und eine... ...Streit macht hier... ...will hier rein. Mit denen... ...kommen auch die Hunde. Mit den... ...sagt... ...kommen auch noch rein. Und die Drachen... ...oh, überhaupt bleiben auch rein. Und... ...den... ...da hin? Ja... ...den nur ungefähr da. So... ...drei Helden. Und dann seid ihr Helden. Dahin... ...die... ...die ganzen... ...da hin. Wo haben wir die denn? Da... ...den wir auch dahin. Die... ...die... ...die... ...ähhh... ...positionieren wir erstmal hier, so. Dann... ...aufstellung starten. ... ...ehhh... ...äh... ...äh... ... ... ... ... Okay. Zur gleichen Zeit. Alter, man kann jetzt nicht schießen. Wir haben die so eine oberkrasse Reichweite. Ach du Scheiße, die haben ja mehr als nur diese krasse Reichweite. Naja. Dann kann ich das nicht verhindern, dann müsst ihr halt da hin. Pack. So, und ihr geht da auch mal hin. Äh, geht nicht so hin, sondern so hin. Du, kümmere dich mal um das Tor. Wo ist deine Angelegenheit? Hier, helft mir mal dabei. Nein. Oh, ey, ihr seid so Pisser, Alter. Warum habt ihr den Kurven aufgegeben? Ist mal im Ernst? Oh, ey. Ey. Ne, oder? Und ihr könnt den nicht mehr aufsammeln, oder was? Oh, ey, ihr seid ja so doof, ne? Ihr seid ja echt so verfickt doof. Das ist echt nicht zu fassen, wie doof ihr seid, ey. Oh, ey. Wirst du da bearethest? Ja. Mein Gottstor! Mann ey, das kriegt überhaupt nix mehr. Und dann bleibt wieder alles in dir hängen. Ja, so kommt. So, hier. Doch auch. So geht mal hin. Ach, das hört alles. Hier, geht mal da. Dann haben wir euch noch. Hier, kümmert euch mal. Soll ich die wieder abgewählt? Dass man die Türme dann nicht wieder aufsammeln kann, ne? Das hört sich schon so ein bisschen an. Das hört sich schon so ein bisschen an. Wo ist denn mein Helm? Pelt wieder mal an, ey. Und du, pelt wieder mal an. Und du, pelt wieder mal an. Dann hast du bestimmt nen Zaubertbruch, oder? Ne. Hat er nicht. Doch, hat er. Ja. Hm. Und du, pelt wieder mal an. Und du, pelt wieder mal an. Du, pelt wieder mal an. Und hier sind auch noch Truppen. Ich hab den... ... weg was. Nach den... ... ne? So, jetzt können wir ja alle 3 Sekunden bleiben, dass es nicht jetzt was ist. Aber doch noch nicht. Ey, hier geht mir ja so auf den Senkel. Wenn die Köln ist, geht's. So, helft dir mal, dann geht das mal ein bisschen schneller hier, dann kann der endlich mal da hin, wie das aussieht. So, hier, auf die Bogenschützen, los! Gut schon, ja, stieg doch. Wartet ihr denn noch? So, geht doch. Ah, warte ein bisschen schüchtern noch. Mano, 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 mano. So, hier hoch, hier auch hoch. Ihr wollt ja wirklich ja das und mit erfahrung ja auf die hier ok ab auf die hier wir haben die hunde denn so probleme mit oben schütten ich ja gar nicht ja 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 nehmt euch die punkt schütten mal werten wir haben jetzt so viele viele leute verloren wegen nicht na, aber jetzt ausrauben hier, zerstören ist das einzige was in die Frage kommt Aura des Chaos ne, ich will keine Magie auf denen haben na, fang mal dafür aus so und hm, Geschmacksschaden ne, dann lieber das so und der hat auch noch schütliche Klinge na komm, fang der weg wann ist der eigentlich soweit Chaos Boss kann er jetzt schon, man, ich war auf Level 19 nicht das wäre ja noch ein Stück weit entfernt ey, jetzt würde ich mich verarschen soo muss ich mal grad speichern besser wollen als sollten hinterher soo 18 von 20 19 von 20 wenn wir den jetzt angeifen können wir unterstützen naja, kann keiner unterstützen soo das dauert ja wieder soo 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 ja wir machen jetzt mal einen Lageraufgang getroffen na, wir haben ja keine verloren lebensentziehend die sind verfügbar um sich herum und da eine für oder so als Hilfe für diese Bauteile ja, gespannt da da 50 ne ja, ist ne, ist klar, ne da habe ich für eine Schlacht hab ich mal, äh, in den Hexer nur dass er danach verwundet ist und nicht mehr mitmachen kann, ne soo dann bauen wir mal das so, es gibt nur ein Gebäude na, das überlegt er sich dann doch noch soo und wieso kann ich das jetzt hier nicht bauen? ach soo ach soo ach soo ich könnte hier die im Grunde raushauen, ne bin ich denn gerade im Erfolgen ähm, würde nach der Schlacht bis 20% 20.000 wo ich boah meine freste ja äh 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 Kä�� äh 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 Die Streitkräfte des Imperiums, mein Herr. Die Menschen der alten Welt sind schwach. Dann holen wir euch mal gerade in den Bewegungsmodus wieder zurück. Yes, mein Besturm. Ja, wir bringen den Sturm. Da ist nämlich keiner, der das verteidigt. Was will der denn da? Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Wir belagern jetzt einfach mal jeder Ding. Das ist ja lustig. Äh... Schönigkeit für Chaos von der... Da war doch eins da. Ja. Das wollen wir ja noch haben. Jetzt. Eine Runde noch danach, glaube ich. So. Kann ich dem eigentlich Befehle erteilen? Wenn ja... Wie? Ich habe fast gar kein Einkommen. Ähm... Zielprogramm... Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr. Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. My tribe is open. Ach, okay. Attack! Also. Nur eine Runde müssen wir das sowieso, ähm... Verhalten damit, wie den Rambock aufgekommen. Jetzt bin ich gespannt. Sehr schön. Also, er ist bei der Belagerung gekommen. Ja. Auf jeden Fall. Los geht's. Die Belagerung von Prag. Oh, eine sehr simple Map. So. Also. Du und du. Ab. Hier hin. Du gehst mir da 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 hin. So, ihr sollt. Hier von außen angreifen. Für. So. Chaos Marodas. Chaos Marodas. What? Was? Was? Chaos Marodas. Ja. Lass das mal fallen. Was haben wir denn da? Die nehmen das. Was? Was? Yes. Very well. I am the God. So, die starten. Neue. Zack. Du gehst da hin. Zack. Du gehst da hin. Und zack. Du gehst da hin. Alter, wieder. Die geht auch schon mal vor. Der ist aus der Kraft gesetzt worden. WTF, ey! Meine Fresse. Die geht nicht auf, ne? Kommt ja auch nicht. So, machen wir die denn? Rachen, oder? Wir brauchen euch recht schnell. Und euch auch. Ihr müsst auch unbedingt direkt durch. Eure Mörser platt machen. Alles, was wir nativmäßig verfahren. Bäm, Alter, ey. Die Piesner ist ab, ne? Das ist nicht mehr feierlich. Ich weiß, dieses verfluchte Tor doch mal rein. Ich glaube, du machst das nicht mehr allzu lang. Dann gehen wir mal weg. Ey, generell macht ihr das nicht akzeptiert. Mal alle weg. Boah, Kampian. Mann. So, nur einen Schlag und das Zoll ist nieder. So. Und ihr, rein mit euch. Rein mit euch. Ah, komm. Alles rein. Ach, alles, alles, rein! Wie können wir nicht alle Ränder machen? Geht'st! Geht'st! Ich habe einen Einzelnen, den ich mit dem Legen erinnert. Yes! Agree! Very well! Inhalted heroes, they will need me to fight. Fight! Chaos Marauders! Gaslord! Ah, they can't. Move them out! They will die! Boah, let's go down the thing. Okay, attack. Chaos Marauders! We want their eyes! So be it! Move on them! Oh god, that have I forgotten! I forgot! Oh man, ey! Die Reichweite, ne? Nicht... Back to the place, y'all! Don't work, Sarissa! Ah, mach weiter, Alfa! Ich will die einfach alle beiseite ran! Spart, da hast du deine Scheiße! Nein, du sollst wieder anbrechen! Wieso können die immer noch schießen? We are flanked! We must defend our homes! Kill everything! Out of the way! Hold the hammer! Oh man, oh man, oh man. Alter, ich seid Chaos Krieger ey! Ihr werdet doch wohl grobenspitzen wieder mitmachen, oder? Es ist ein Achtung, oder? Die Scherzungen sind der Arm in der Karte gelöst. Der Arm in der Grenze! Der Arm in der Karte ist eigentlich nicht so schnell! Ich weiß, dass die Scherzungen nicht nicht noch anfangen. We will kill them all! Fight, men! Fight for our right to let! Komm weiter! Wieso wird der da bloß? Warte, wie viel die von meinen Scheiß von Partnern niedermachen können, ne? Das sind so pupplige Bogen-Schriften, ne? Wieso? Kommst du da durch? Naja, du wirst doch da durchbauen, ne? Okay. So. So, und du machst mir nämlich wieder oben an. Boah! Oh Gott, da haben wir ja wieder einiges... Einiges an Gemetzel da gelassen, ey. 539 Leute verloren. Der Gegner halt 1197. Niederreißen, ey. Alles niederreißen. Alter Schwede. Haben die eigentlich auch mal kleine Burgen oder so? Die haben mir echt nur große, ne? Oh. Dann lassen wir den mal. Nee, nicht mehr. Ah. Dann... Der Feindjäger. Zack. Und... Eine Runde mal ins Land streichen. Und ich sag tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.